Diese Gleichheit ist clever. Wenn du nicht aufpasst, schreckt er sich an dich heran und schreckt dich einfach um. So wie diesen hier. Total klasse. Naja, oder auch nicht. Haben wir da unten nicht einen Ork? Ja, hier unten ist ein Ork. War einfach. Jetzt haben wir da hinten noch eine Quest. Und die will ich jetzt haben. Oh. Ups. Oh nein. Entschuldigung. Ach egal. Mach mal so. Ihr seid doch echt zu dämlich. Ich bin nur so als lebendig Schild. Was machen die? Die prügel auf den Kerl drauf ein. Solange bis er stirbt. Nur damit sie zu mir durchkommt. Alles klar. Oh man. Schnelle Garde. Gnade. Er verfluchte seine... Wie auch immer. Diese Ork sind geschlecht. Versuche sie mit Schnellschüssen aufzuhalten. Fatsch. 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 Boing. 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 Jawoll. Hat sauber geklappt. Vomauten. Halt ab. Hey. Boing. 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 Du verstehst gar nicht, warum die jetzt alle so schnell abhauen. Diii. wahrheit. Wermeit. Den, und dann machen wir zuerst den hier unten. Greiferarmung, Sadist auf der Bestienjagd an, um Saurons Armee zu schwächen. Och, komm. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, jetzt noch einen Offizier hier schön platt zu machen, dann sollten wir das auch tun. Ist ja hier vorne direkt um die Ecke. Und los geht's. Urux machen in der Wildnis Mord... Was? In der Wildnis Mordors Jagd auf gefährliche Bestien, um sich zu beweisen, bei einer erfolgreichen Jagd erlangt der Anführer des Jagdtrupps Macht. Hm. Aber nicht, wenn ich da bin. Endlich eine Beute, die sich wehrt. Das sind Buhle. Ach, so kann ich heute unachtsamme Leute weglocken? Oder? Bitteschön! Das wird doch viel interessanter werden jetzt. Gut, komm schon! Die Karo und Grude zusammen, das wird natürlich richtig geil. Ja! 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 Ob ich das jetzt einfach mal mache und stumpf reinspringe? Komm, 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 komm! Na los! Sterb noch ein bisschen schneller! Juckoo! So, jetzt wollen wir mal erstmal ein bisschen aufräumen. Wunsch! Juckoo! Ähm! Tja! Ohpoio! Da ist es umgeklappt! Das ist natürlich ganz scheiße! Das wollte ich eigentlich gar nicht! Ich wollte ihn auch gar nicht töten! Oh, gut! Ja! 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 Shit happens, ne? Damit hätten wir das Ding dann auch... Ähm... Bestes des Todes, was ist das? Ein Quest nach einem anderen jetzt hier! Direkt alle nebeneinander! Euch das praktisch! Das einzige, was noch übrig ist, ist der Kiste voll verrotteter Fische! Auf dem Rücken einer gewaltigen Bestie ritt er durch ihre Reihen und brachte einen... brachte seinen Feinden Tod und Schrecken, wo auch immer er erschien. Okay, das heißt, wahrscheinlich muss ich jetzt auf einen... Korn lang reißen. Auf, ne, auf ein Karo-Gort. Entschuldigung, zusätzlich hier... 5 Uhr rückt sich ein Karo-Bist töten. Okay, das heißt, hier unten, was auch hier... hier haben wir... Ah! Den Karo! Töte die Patrouillen. Drei Stück sind... 600 Fuß... 3,90 Euro. Ich nehme zuerst sie da hinten. Woher ist er jetzt? Oh! Das ist ja doch, ich dachte, es würde Ewigkeiten dauern. Na, wo ist die Patrouille? Das ist ja nicht gut. Mann! Du hast dein Freund mitgebracht? Das ändert nicht das Geringste. Da bist du. Ich wollte noch ein bisschen nur jetzt hier. Köln jetzt, eine Karagor! Ja! Bumf, bumf! Bumf, 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 bumf! Mann! Hey! So! Mach's gut! Nein! Du hast mein Karagor getürtet, du blöde Arschnase! Ja! Einer ging. Zeit zu sterben! Du kannst mich nicht verletzen! Was mach' ich denn mit dir? Ach, ich weiß was! Gute Nacht! Da pute ich mit dir hin! Ja, wunderbar! Alles klar! Ja! ja tut mir leid um wo bin ich denn jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt da unten also war auch gut an die haben ja auch noch ein teil dann nehmen wir das halt erst mal ist ja egal was in welcher reihenfolge es ist ich will ja eh alle zehn schaffen jeweils so betrete das übungsgelände richte zu wuchs mit einem nahkampf angriff finden auch das mache ich doch dauerhaft letzte nacht habe ich dieses gruselige wies wieder in den schatten kauern sehen guten tag Ups, Nummer 1. Mach ich das? Och, nö. Baut's. Nummer 2. Und wo ist das Utildin? Kann man das wenigstens gleich mitnehmen. Da ist das. Kann man das nämlich auch noch wenigstens gleich einsacken. Wenn man schon hier ist, ne? Das Bild wird klar. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was Kommen mag, wenn wir über die Schwarze abziehen sollten. Töter aller Rekruten? Ja, geil! Dongs! Baut! Baut! Nächste Bitte! Jawoll! Oh, jetzt wird's geil! So viele Leute hier zum Töten! Zum kaputt hauen! Bombs! Er ist, äh... Na, na, na. Hörst du auch damit? Meinst du, ich will den Töten nicht? Und... Och, Mensch! Hat ich noch grad irgendwie ein Kombo-Binny? Bin ich einigermaßen... Folge ab! Dongs! Dongs! Jo, nehmen wir den jetzt einfach mal. Machen wir den dort. Fünftige Down! Wow! Rund! Nein! Nur nicht! Intive Chancen! Ihr wollt doch nicht jetzt etwa abbauen. Steht doch nicht ein. Sauber. Hinrichtung jetzt verfügbar. Oh. Hin. Sofort. Da kann ich mich jetzt nicht zurückhalten. Wo ist die Hinrichtung? Ach, die ist hier hinten. Entschuldigung. Na toll. Du bist zu kurz gehüpft. Hätte ich noch so ein bisschen weiter. Hätte ich jetzt nicht klettern müssen. So. Wie viel Ärger du uns gemacht hast? Snub, gut, der Verschlinger führt eine Hinrichtung durch. Du stehst das Schreck. Ups. Oh nein. Oh, noch einer. Ich hab mich doch von hinten angestellt. Was kann ich was sagen? Schreck ihn von hinten. Klaasch. Ja. Frisch. Wir nehmen, der mich beschwacht. Komm. Du wirst mich nie krachen sehen. Kup. Jüp. Oh, hab ich Bock spät. Das dann. Bum. Bum. Und. Klatsch. Krasse Leute mit Schild gegen. Moin. Und das zum Verschlinger. Äh, ja. Hinrichtung gelöst. Hinrichtung gestorben. Hinrichtung am Arsch. Ups. So war es aber auch. Mann, 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 Mann. Sachen gibt's. Die gibt es nicht. Jetzt können wir hier das Ding starten. Ja, aber vorher mache ich für mich noch mal einen kurzen Break. Ich kann meine, gerne. Untertitelung des ZDF, 2020